Auch der Corleoneser Oberboss Bernardo Povenzano verbrachte die meisten seiner 43 Jahre auf der Flucht spartanisch. Der Multimillionär wurde schließlich in einem winzigen Haus neben Stall und Molkerei verhaftet. Mafiosi der alten Generation legen kaum mehr auf Luxus oder Geld, eher auf Prestige, Macht und Kontrolle über das Gebiet. Untergetauchte Mafiosi halten sich fast immer in Sizilien auf, denn nur hier können sie auf ein dichtes logistisches Netz von Vertrauten zählen, die sich an die Omerta, das Gebot des Schweigens, halten. Weil sie selber Mitglieder oder Verwandte sind, weil sie einen Gefallen schulden oder einen erwarten, weil sie einfach nur Angst haben. Ein stillgelegter Betrieb für die Verarbeitung von Bio-Obst. Einer von Dutzenden, die nur so lange existieren, wie EU-Subventionen fließen. Der Schein kann täuschen, wie Mimikrie beim Parasiten. Denn nicht selten tarnt sich hinter solchen Firmen eine hochmoderne Mafia aus Familien, deren Kinder vielleicht in Mailand oder Boston studiert haben. Junge Mafiosi im Designeranzug, die etwa wissen, wie das elektronische Antigeldwäschesystem einer Bank auszuschalten ist und es auch veranlassen können, wie kürzlich in Palermo. Weiterfahrt zum nächsten Ziel, obwohl wahrscheinlich das ganze Tal mittlerweile von der Anwesenheit der Polizei weiß. Ein angeblich verlassenes Bauernhaus. Hier, Wasser und Süßkram. Völlig klar, dass gerade noch jemand hier war. Einige Kronzeugen haben uns bestätigt, dass auch große Bosse aus Palermo mal in dieser Gegend untergetaucht sind. Überall frische Spuren. Taschentücher, Föhn, Wasser ist da. Hier, Pizza-Cartons. Wir haben gerade noch hier gegessen. Der Kamin ist noch warm. Der Kuchen im Kühlschrank, die Pizza. Hier haben sie eine Versammlung gehabt. Gestern Abend wahrscheinlich. Die Mafiose Begrüßungsformel. Wir küssen die Hände. Ja, es glüht noch. Jemand war gerade noch da und ist uns entwischt. Sie sind immer auf der Flucht. Bleiben zwei Tage hier, zwei Tage da. Wechseln immer von einem Versteck zum nächsten. Das ist offensichtlich ein Ort, der von vielen Leuten besucht wird. Möglicherweise lebt ein flüchtiger Mafioso hier oben und bestellt dann seine Männer her, um beim Essen wichtige Dinge des Clans zu besprechen und zu entscheiden. Ganz neue Stühle. Nicht einmal ein Staubkörnchen liegt darauf. Bei so einer Mafia-Versammlung entscheiden sie über Morde, Diebstähle, Drogenhandel. Alles. Im Westen Siziliens Palermo. Immer noch die Hochburg der Cosa Nostra. Über 550 Eskortenpolizisten sind jeden Tag in der Inselhauptstadt im Einsatz. Paradoxes Sizilien. Wo hunderte Mafiosi auf freiem Fuß leben und Mafia-Jäger das Leben von Gefangenen führen. Jeden Morgen exakt dieselben einstudierten Stellungen und Bewegungen. Jeden Morgen ein anderer Zickzack-Weg zum Justizpalast. Seit 21 Jahren führt Generalstaatsanwalt Roberto Scarpinato ein gepanzertes Leben. Palermo nimmt er nur noch als vorbeihuschende Silhouette wahr. Scarpinato verfolgt die Mafia dort, wo sie am schwersten zu treffen ist. In dem parasitenhaft-symbiotischen Geflecht mit der legalen Wirtschaft und der Politik. Er hat Mafia-Bosse, Unternehmer, Bankiers und Politiker, darunter auch den siebenmaligen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti, auf die Anklagebank gebracht. Anhand seiner Ermittlungen wurden allein in den vergangenen zwei Jahren 2,8 Milliarden Euro der Cosa Nostra beschlagnahmt. Es gibt eine vorsätzliche Verwirrung der Öffentlichkeit. Die Mafia hat schon immer verstanden, die Meinung im Land zu beeinflussen. So präsentieren die Medien das Bild einer volkstümlichen, militärischen Cosa Nostra. Einer Cosa Nostra der Schutzgelderpressung, damit die Reaktionen der Gesellschaft sich in eine harmlose Richtung kanalisiert, anstatt das System anzugreifen. Die Realität ist anders. In Palermo haben wir in den letzten Jahren hunderte von Schutzgelderpressern und alle Mafia-Bosse verhaftet, aber die Mafia ist stärker denn je, weil die wirkliche Mafia weiße Kragen trägt. Ähnlich wie ein Parasit das Gehirn des Wirts zu seinem Vorteil manipuliert, lenkt die Mafia seit je von ihrem eigentlichen Wesen ab. Das Jahrzehnt der Kolioneser war nur eine Parenthese. Die sizilianische Mafia ist in Wirklichkeit als kriminelles Machtsystem der Führungselite entstanden und auch so geblieben. Hohe Mafia-Bosse sind heute oft Ärzte, Anwälte und Industrielle mit Spitzenpositionen im Unternehmerverband, die sich mit mafiosen Methoden eine Vorherrschaft oder sogar ein Monopol in den wichtigsten Wirtschaftszweigen gesichert haben. Es gibt in der Gesellschaft leider nach wie vor eine allgemeine kulturelle Komplizenschaft. In den vergangenen 15 Jahren sind wichtige Prozesse über Mafia und Politik geführt worden, aber viele der Politiker, die wegen Unterstützung der Mafia rechtskräftig verurteilt wurden und eigentlich hinter Gittern sein sollten, haben heute einen Sitz im römischen Parlament, im Senat und in den Regionalinstitutionen oder besetzen sogar hohe Regierungsposten. Die Mafia hatte sich schon immer im Gehirn des Systems eingenistet, aber in der Öffentlichkeit im Ausland herrscht noch dieses Bild einer primitiven Mafia. Man will nicht verstehen, dass wir vor einem Virus, also einem Zellparasiten stehen, der den Staat, seine Wirtschaft, seine Institutionen von innen attackieren kann. Ein Virus, der sich als permanente Macht festsetzen will. Das Massaker von Duisburg 2007, als sechs Italiener wegen einer mafiosen Familienfäde vor einem Restaurant niedergemetzelt wurden, hält Scarpinato eher für einen Betriebsunfall. Die eigentliche Mafia ist unsichtbar und braucht nicht zu schießen, weil sie mit dem Kopf Geld schafft und Macht erhoben. Bereits in den 80er Jahren haben Bosse der Cosa Nostra deutsche Staatsanleihen in großen Mengen getan. Andere Köpfe der Cosa Nostra haben im Finanzsektor investiert, andere wiederum in Immobilien. Denn in Deutschland, so wie in anderen europäischen Ländern, ist es sehr leicht, Geld zu waschen. Es gibt nicht einmal den Rechtsbegriff Mafiose-Vereinigung mit entsprechenden delikterschwerenden Normen. Vor allem aber fehlen die Instrumente für die Mafia-Ermittlungen. Etwa das Abhören von Telefonaten. Wir könnten in Italien keine Mafia-Prozesse führen, wenn wir nicht abhören dürften. 99% der Mafia-Ermittlungen werden dadurch geführt. Länder wie Deutschland kennen eher die gewöhnliche Kriminalität, die aber ein Phänomen des letzten Jahrhunderts ist. Die Mafia dagegen ist kein Relikt der Vergangenheit, sondern der kriminelle Protagonist des dritten Jahrtausends. Es ist wie in der legalen Wirtschaft, die immer mehr von Oligopolen und Konzernen beherrscht wird, während die kleinen Betriebe entsorgt oder einverleidigt werden. Die kleinen kriminellen Organisationen werden von den großen bedrängt, indem diese sie in sich aufsaugen oder eliminieren. Als eklatantes Beispiel für die Raffinesse der weißen Kragen-Mafia gilt die Edelklinik Villa Santa Teresa bei Palermo. Das Geschäft mit der Gesundheit ist auf Sizilien seit je Domäne der Cosa Nostra. Der zu 15 Jahren Haft verurteilte Baulöwe Michele Aiello zog, als Strohmann von Oberboss Bernardo Provenzano und Vermittler zwischen Mafia und Politik, teils mit öffentlichen Geldern die Klinik hoch. Anschließend stellte er der Regionalverwaltung weit überhöhte Behandlungskosten in Rechnung, bis zu 45 Millionen Euro im Jahr, Kosten, die sein Freund, Regionalpräsident Salvatore Cufaro, dann absegnete. Inzwischen ist die Klinik beschlagnahmt und die Stadt soll eine Entschädigung in Millionenhöhe bekommen. Doch ein geplantes Gesetz, das den Verkauf von konfiszierten Liegenschaften ermöglichen soll, könnte den Interessen der Mafia wieder entgegenkommen. Noch steht die Klinik unter Justizverwaltung. Geschäftsführer Giampiero Oteri hat die Kosten bei gleicher Leistung auf ein Fünftel reduziert. Es ist ein Sektor, der viel Geld bewegt und zugleich die Mafiose Macht auf dem Territorium festigt. Zur Wahlkampfzeit zum Beispiel hatte der ehemalige Regionalpräsident Salvatore Cufaro 3000 Menschen für den Ambulanzdienst eingestellt. Klar, wenn Politiker jemanden empfehlen oder einstellen lassen, sichern sie sich lebenslang einen Wähler und mit ihm auch die Stimmen seiner Familienangehörigen. Und indem sie über die Vergabe der vielen Krankenhausdienstleistungen wie Verpflegung und Wäscherei sowie Lieferung von medizinischen Geräten entscheiden, verschaffen sie sich den Konsens in der Bevölkerung. Also das, was für sie lebenswichtig ist. Genauso, wenn sie jemandem bei einem existenziellen Krankheitsproblem helfen. Bei uns wartet man manchmal monatelang auf eine OP. Und jemandem, der dir einen früheren Termin besorgt, bist du lebenslang dankbar und schuldest ihm ein Gegengefallen. Und wer eine solche Macht hat, ist daran interessiert, dass unser Gesundheitssystem ineffizient bleibt, weil er gerade daraus seine Macht schafft. Nun, mit dem neuen Gesetz würde die Stadt keine Entschädigung bekommen und es würde die Gefahr entstehen, dass die konfiszierten Güter ganz einfach über Strohmänner wieder in Mafiosehand gelangen. Il Palazzo, der Palast der Macht. Schon immer war das Regionalparlament Siziliens ein Theater für Intrigen und Parasitentum. Bereits in einem von zwei Verfahren ist der frühere Regionalpräsident Salvatore Cufaro wegen Unterstützung der Mafia zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Doch Cufaro sitzt nicht hinter Gittern, sondern weiter auf den roten Veloursesseln des römischen Senats, dank parlamentarischer Immunität. Auch gegen den aktuellen Präsidenten Siziliens, Raffaele Lombardo, läuft ein Prozess und gegen mehrere Regionalabgeordnete wird wegen Mafia-Verdachts ermittelt. In diesem Bürohochhaus im Zentrum Palermos hatten viele der Ermittlungen gegen die höchste Ebene der Mafia ihren Ursprung. Vom Regionalparlament über die Kliniken bis hin zum Geheimdienst. Gioacchino Cienchi, der Mann der Telefone. Wie kein anderer kann der hochrangige Polizist aus Telefonverbindungen sogenannte Kontaktgrafiken erstellen. Doch als seine Arbeit vergangenes Jahr zur Kaste der unantastbaren römischen Politiker vordrang, wurde sein Archiv beschlagnahmt und er von Ministerpräsident Silvio Berlusconi diffamiert. Mittlerweile ist Cienchi von der Beschuldigung freigesprochen worden. Abgehörte Telefonate, das heißt unmissverständliche Worte und Kontaktgrafiken über weitere Telefongespräche sowie konkrete Fakten haben immer wieder bewiesen, wie dieser Bund von Mächten, Medien... ... Vielen Dank.